Heute werden wir in der Zeit zurückreisen und scheinbar da überleben, indem wir Insekten erschlagen und sie dann essen. Immerhin ist in Insekten ja auch sehr viel Eiweiß drin, also gar nicht so weit weg. Wir stufen hier erstmal hoch, damit ich scheinbar stärker werde. Mehr geht nicht und ich schlag weiter auf diese Schaben ein. Die Viecher sehen ein bisschen aus wie Kabutops. Heißen die Kabutops aus Pokémon? Ich hab sehr lange kein Pokémon mehr gespielt. Jetzt hab ich gerade irgendeinen Boost bekommen. Jetzt bin ich erstmal eine Super Saiyajin. Kann, glaub ich, super schnell angreifen. Mittlerweile auf 36 Steine. Ich kann also hochstufen und zwar auch ordentlich. Stufe 9 mittlerweile, 18 Stärke. Alles auf 18 AP. Ey, 120 AP mehr auf der nächsten Stufe. Das ist einiges. Die sind jetzt auch Two-Shot. Okay, okay. Das geht sehr gut. Und ich glaube, es spricht nichts dagegen, wenn ich jetzt erstmal so bis 100 Steinchen hochfarme. Unten links sehe ich auch gerade, diese Anzeige füllt sich auf. Ich mach mal nicht bis 100 Steine, ich mach mal lieber bis die Anzeige fast auf 100 ist. Geht auf 99. Und jetzt upgrade ich. Da sind auch die 100 Steinchen drin, 103 sogar. Ein Level Up, zwei Level Up, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, sieben Level Up, 51. Und was ist das? 1530 A? Heißt, glaub ich, einfach nur 1530. Und ich kann den Boss angehen. Die Mutter der Trilobiten. Okay. Ich seh hier, benötigte Kampfkraft. Meine Kampfkraft, die ist deutlich höher. Bist du hässlich? Okay, Vieh besiegt. Und ich glaube, das ist eine neue Waffe. Ich hab jetzt einen Baum. Nächster Gegner ist dieser wunderbare Frosch, der sehr sympathisch aussieht. Ich rüste aus. Und das sieht auch ganz gut aus. Das ist 444 Angriff mehr. Jetzt krieg ich auch direkt den Saiyajin Boost und alle sind One-Head. Also das ist ja gar kein Problem eigentlich. Die geben, glaub ich, auch deutlich mehr Steine. Wenn ich mal so schaue, sieben pro Gegner. Das geht hart. Erforderliche Stufe 20 für den nächsten Boss. Stufe 20 kann ich jetzt auch erreichen. Und wir schauen mal. Ne, Stufe 20. Was kann der denn? Benötigte meine Kampfkraft. Okay, Onkel Goliath Frosch. Dürfte genauso wenig im Problem werden. Ja, okay. Wir reden darüber nicht. Für den Kleinen gab es aber auch nur sieben Steine. Ne, jetzt gibt's Pumba. Alter, ich töte einfach Pumba. Jetzt soll ich erstmal ein bisschen Geld ausgeben. Kauf eins umsonst. Ja, auf jeden Fall. Baum Brustharnisch. Geil. Erstmal aus Rinde irgendwas geschnitzt. Direkt mal Equipmentstärke und Lebenspunkte kommen dabei. Und ich hole mir direkt mal wieder die Level-Ups. Irgendein anderer Spieler hat hier gerade irgendwas abgeschlossen. 20. Wow, wow, wow. Slava Kampfkraft 21B. Okay. Hat er richtig gut gemacht. Ich bin so stolz auf ihn. Level 30 und das heißt, neuer Boss. Bro, Warzenschwein. Bro, chill. Ja, also seine HP-Leiste im Vergleich zu meiner. Ich kann sogar abwarten. Oh, ich hab einen Timer. Ich kann doch nicht abwarten. Alter, und ich bekomme Haare. Ich bekomme einfach Haare und die geben mir Crit-Rate. Okay. Ein Level-Up können wir noch mitnehmen. Level 31. Was auch immer hier geht. Ich kann mir auf jeden Fall Diamanten abholen. Und irgendwie noch anderes Cash. Ja, Geld bezahlen sich so aus. Ich hab Quests. Fordere ich alles ein. Hab ich alles sehr gewissenhaft gemacht. Hab auch Dailies. 100 Monster. 5 Bosse. Und verwendete Buffs. Und ich könnte mir jetzt auch noch Werbung angucken. Was soll ich sagen? Ich hab, ähm... Ich hab Werbung geguckt. Und von der Range 10 bis 1000 hab ich natürlich auch genau 10 bekommen. Ich muss jetzt eine Viertelstunde warten, bis ich wieder Werbung gucken kann. Okay. Das ist ein bisschen frech, aber okay. In der Zeit klicke ich erstmal noch ein bisschen. Hier sehe ich auch, was noch alles vor mir liegt. Die habe ich komplett gekillt. Die ebenfalls. Die auch. Jetzt erstmal wieder Angriff und Angriffsgeschwindigkeit. Wir gehen hier wieder durch. Ein Level bräuchte ich noch. Ich hab immer so einen ganz kleinen HP-Balken hier noch übrig. Aber warum nur ein Level, wenn man auch 4 haben kann? Jetzt sind hier wieder 4-Hit. Und zwar immer. Und ich hab halt 115 Diamanten. Und die Frage ist, will ich die jetzt in Truhen investieren? Ich kann erstmal gegen den Boss kämpfen, aber halt auch nicht. 1.270 hab ich. 1.340 brauch ich. Und ich hab hier gerade gesehen, es gibt Buffs. Und zwar Autoangriff und Werte erhöhen von Geschützturmen. Was kommt denn da noch? Ich könnte es auch permanent kaufen, aber vielleicht geh ich nochmal in Werbung rein. Ja, was soll ich sagen? Ich war dann halt in der Werbung drin. Dafür könnte ich jetzt theoretisch irgendwie eine Viertelstunde ein schönes Käffchen trinken, und ein Brötchen essen, Mittagessen genießen. Aber ich könnte auch einfach schauen, dass ich zusätzlich angreife. Geht das? Das geht nicht. Okay, aber kein Problem. Wenn der sowieso automatisch angreift, kann ich auch einfach die Zeit nutzen und upgraden. Level 43. Hab jetzt auch gerade den Boost. Krieg also nochmal ein bisschen was rein. Dann upgraden wir noch zweimal. Und gehen dann in den Bossfight. Auto-Attack ist hier natürlich auch. Was liegt denn da hinter ihm? Und warum guckt da ein Gummibärchen raus? Ich hinterfrage einfach nichts mehr. Das ist okay. Das nimmt jetzt hier irgendwie gerade ganz merkwürdige Züge an. Aber ich sag mal einfach nichts dazu, oder? Also ich hab gerade gelernt, dass ich Thor's Macht habe. Und Thor's Macht kann scheinbar gegen Bosse eingesetzt werden. Und zieht ihn einfach AP ab. Und ich bin ja am Überlegen, ob ich einfach mal den Truhenkauf wagen soll. Aber dann halt irgendwie auch nicht, weil ich weiß ja gar nicht so richtig, was es bringt. Und jetzt hier auf die Wahrscheinlichkeiten gucken, finde ich auch lame. Ich kaufe einfach mal fünf Stück und wir gucken, was passiert. Ich habe Ausrüstung bekommen, so weit, so gut. Und kann die jetzt auch erstmal eine Runde equippen. Wir haben hier was. Wir haben hier auch was Neues. Dann haben wir die Hände. Und noch einen wunderschönen Rock. Mittlerweile auch über 1100. Das sind einige Level. Wir schauen wieder in die Quests rein. Hier gibt es natürlich wieder etliche Belohnungen. Und zwar wirklich einige. Der nächste Bosskampf. Ja, okay. Der ist ja komplett free. Thor's Macht. Okay. Okay, 6% HP verloren. Das ist natürlich alles hier noch sau easy. Was geschieht jetzt? Er zieht einfach weiter. Story ist langweilig. Geschützturm. Maschinenbau studieren, um Geschütztürme zu bauen. Aha. Was man natürlich so in der Vergangenheit einfach tut, oder? Angriff. 3,7. Fangen auch mit 1 an und gehen dann weiter hoch. Ich versuche den Geschützturm erst mal so auf das gleiche Level wie mich zu bringen. Meine, er greift automatisch an. Aktuell mein Typ auch noch für 10 Minuten. Das funktioniert ja ganz gut miteinander. Hier kriegen wir natürlich auch wieder 10. Was haben wir noch fertig? Rangliste. Anbetung, Anbetung, Anbetung. Überall gibt es Free Diamanten. Warum? Diese Games sind so merkwürdig. Jetzt habe ich auch Bosse fertig. Buffs muss ich noch einverwenden. Da würde es sich ja eigentlich anbieten, wenn ich jetzt einfach mal die Werte von Bro und Geschützturm erhöhe. Wir gehen wieder in die Werbung rein. Manche Games, die da beworben werden, darf man einfach nicht hinterfragen. Egal, ich habe meine Dailies fertig. All good. Was sagt denn der nächste Boss? Den kann ich auch wieder machen. Großvater Mungo. Ich... Das ist zu random. Für den habe ich gerade die Hälfte meiner Kampfkraft gebraucht. Was muss ich jetzt machen? Ein Geschenk. Kaufe eins umsonst. Wow, ich habe Holz bekommen. Geil. Ingenieurwesen plus 3K. Ja, Ingenieurwesen klingt erstmal sinnvoll. Ich weiß nur nicht, was es macht. Mittlerweile ist der Geschützturm auch higher Level als ich selbst. Das darf natürlich auch nicht lange so bleiben. Was sagt denn der Boss? Meine Kampfkraft 7,1... Okay. 7,1K habe ich jetzt schon. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal ein paar Level rein. Level 70. Dann habe ich noch eine Quest fertig. Kann jetzt hier auch scheinbar Gras erforschen. Was passiert? Ich habe Gras und kann neue Equip finden. Sehr cool. Als nächstes kommt Küken. Level 183 auf beides. Es gibt hier auch ein Postfach. Da sind natürlich auch nochmal 2K Diamanten for free drin. Und ich benutze natürlich die Ausrüstungstruhe für Max. Wow, T2 Equipment, das erste. Und Geschützturmzeile auch maximal. Ah, okay, das ist nur T1. Macht aber nichts. Geschützturmteil, das habe ich sowieso noch nicht. Dann gibt es hier auch noch eine schöne Kanone. Und für meinen Typen war es Handschuhstärke. Also auch wenn jetzt alles hier irgendwie fröhlich blinkt. Und was weiß ich nicht. Aber ich halte es sinnvoll, gegen den Boss jetzt in den Kampf zu gehen. Oh, er war To-It. Drücke auf den Event-Knopf. Ich möchte das nicht machen. Einfordern. Online-Dauer. Es gibt ja alles. Es gibt ja jede Scheiß. What the fuck, was ist das? Neue Spielerbelohnung. 30-Tage-Belohnung. Kumulativer Check-In. Meilenstein. Noch ein Meilenstein. Ne, das gibt es noch nicht. Okay, eine Flagge. Wir wohnen in Deutschland. Kriege ich jetzt auch nochmal Diamanten? Ja. Jetzt könnte ich für Werbung noch eine neue Perücke erhalten. Die sehen ja alle Garbage aus. Dürfen die das nutzen? Haben die das lizenziert? Ich kann es mir nicht vorstellen. Online-Dauer habe ich auch scheinbar nochmal. Was ist das? Was ist das? Goldene Truhe. Belohnung. Mal vier. Rein in die Werbung. Ich bin ja sehr froh, dass ich die Werbung einfach vorzeitig abbrechen kann. Danke. 30 Minuten bin ich scheinbar noch nicht online, sondern erst 19. Es muss auch gar nicht viel länger sein tatsächlich. Oh, ich kann nochmal in Werbung gehen für noch mehr Edelsteine. Ich habe aber schon 2,4k. Bekomme jetzt sogar noch mehr, weil ich die Hyäne wieder fertig habe. Kann hier wieder Quest-Belohnungen einfordern. Dann kann ich hier wieder irgendwas holen. Alter. Und nachher gibt es hier auch noch Glücksspiel bei Level 1501. Und ich bin gerade mal Level 8, was das angeht. Ich habe hier die Level, aber ich glaube, das Level ist gemeint. Dann gehen wir mal in den nächsten Bossfight. Der wird doch auch schon wieder Two-Hit sein. Das ist doch Quark. Oh, cool. Neuer Boss. Oh, wow. Oh, pass auf, dass der nicht zu schwer wird. Hm, den habe ich aber geschafft. Herstellungsmaterial in der Schmiede verwendet. Was für Schmiede? Bruder, was für Schmiede? Ich kann schon wieder in den nächsten. Oh, nein. Dass der nicht so gefährlich ist. Oh, oh. Was geht denn jetzt ab? Ausrüstung herstellen. Wer ist er? Alle verbessern. Belohnungen fordern. Aha. Schau mal, bin ich jetzt Fernkämpfer geworden? What the heck? Also for real, for real. Ich check gar nichts mehr. Was kann ich hier machen? Ich kann hier Steine einfordern. Ich habe auch schon wieder fast 11k. Ich bin die ganze Zeit nur in Menüs unterwegs. Hier gibt es schon wieder welche. Monster besiegt habe ich auch fast den nächsten. Ausrüstung herstellen, verbessern. Alles mögliche. Was kann ich jetzt hier machen? Kann ich jetzt den Bogen anlegen? Ja, auch nicht ganz verzehnfacht, aber um einiges besser. So, das kann ich gedrückt lassen. Okay, okay, okay. Chill, chill, chill. Level 144 mal ganz kurz. Bin tatsächlich zum Fernkämpfer geworden. Alles klar. Monster besiegt und Level, ja, auch nochmal. Kampfkraft auf 18k. Okay. Dieses Game ist so lächerlich. Ich gehe in den nächsten Bossfight. Ja, das war auch leider zu einfach. Ich habe hier unten gerade so einen sehr guten... Ich bin verstört. Was ist denn VIP-Stufe? Gott, das ist mir einen sehr guten Haken gesehen. Bosskampf automatisch gestartet, sobald ich kann, glaube ich. Automatischer Bosskampf hat bekommen. Und wer ist er? Junge, ich kriege einfach, weiß ich nicht, Albträume von dem Game. Automatischer Bosskampf im Gange. Ist der jetzt immer automatisch? Oder nur, wenn ich es kann? Danke. Ich gehe die ganze Zeit wieder in Bossfights rein. Oh, ich glaube, das ist der letzte Deck. Geht's, oder? Ja, alles klar. Ne, ging noch. Triceratops gibt's auch noch. Ah, sehr cool. Ich mach mal nicht rein. Ich habe jetzt so viele Bosskämpfe gemacht. Ich gehe schon wieder ins nächste Land. Mann, jetzt habe ich auch noch eine Hütte und ich weiß nicht, was geschieht. Was kann ich hier tun? Architektur, LP, Wiederherstellung pro Sekunde. Ich halte einfach mal gedrückt und schaue, wo wir landen. Tasche. Ich habe hier wieder Ausrüstungsgedöns. Ich habe hier umsonst Einfordern. Und eigentlich... Oh, wer ist er? Einfach eine Kiste, okay. Eigentlich wollte ich doch nur ganz viel klicken und jetzt klicke ich aber in Menüs rein. Das hier kann ich auch mit Materialien equippen. Und auch das ist schon ein höheres Level als mein Geschütz. Das geht doch gar nicht. Das hier war doch vorhin schon Max-Level. Das ist jetzt auf 80%. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal zwei hiervon benutze? Oder nur... Achso, ja, nur eins. Level 2 ist die jetzt, okay. Wow, was passiert? Level 2. Drop-Rate-Ausrüstung plus 1,5%. Also ich glaube, man muss die benutzen und kommt gar nicht drumherum. Wir sammeln hier wieder alles Mögliche ein. Wir gehen hier wieder in die Quest-Belohnungen. Gehen hier auch nochmal in die Quest-Belohnungen. Und hier unten noch ein paar Mal. Ja, alles mitnehmen. Ich kann das alles nicht mehr. Und hier ist schon wieder er. Ich wollte auch einfach nur ein ganz entspanntes Idle-Game zocken. Ich sehe gerade, mein Autoklicker läuft jetzt aus. Buff ist ausgelaufen, Autoklicker. Jetzt muss ich wieder selbst klicken. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr in die Menüs gehen. Die Frage ist, ähm... Kann ich direkt theoretisch wieder gucken? Oder soll ich das vielleicht nicht machen und schauen, was die Stadt hergibt? Schmiede, Ausrüstung herstellen. Ich kann schon wieder was herstellen. Aber nur T1-Gedöns. Will man das? Da bekomme ich ja auch nur einen Bogen raus. Und jetzt habe ich Werbung. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur was hergestellt. Wofür habe ich denn jetzt Werbung gehabt? Kann ich den Boss jetzt machen? 8, 20, 22. Nein, kann ich nicht. Generell mache ich ja sau wenig Damage hier. Ist es dann überhaupt Worth oder soll ich zurückgehen? Wie ging das denn nochmal? Ich habe vergessen, in welchem Menü ich zurückgehen konnte. Hier war das, genau. Ich kann hier auch T1-Gedöns bekommen. Hier auch. Wir können ja mal schauen, wo ich für die wenigsten Klicks das meiste rausbekomme. Im Zweifel hier. Brauche ich denn irgendwas hiervon? Das weiß ich doch gar nicht. Ich meine, die Chance ist hier deutlich höher. Wir können auch hier hingehen. Mit den Crits zwischendurch geht das schon nicht schlecht. Und ich darf jetzt offiziell sagen, ich gehöre auf diesem Server zu den besten 1189 Spielenden. Okay, jetzt geht es hier nochmal los. Angriff und Angriffsgeschwindigkeit. Und ich glaube, ich will so schnell, wie es irgend geht, von der T2-Ausrüstung weg. Weil die ist ja wirklich... Also ich habe ja nichts gedroppt bekommen seitdem. Zwischendurch nochmal ein bisschen Upgrade gekauft für den Bums hier. Wollte eine Kiste. Mh, das will ich nicht haben. Kann hier also nochmal neu equippen. Das sieht doch ganz gut aus. Gibt es noch was anderes? Das hier verbessern. Benötigt das Material. Ja, bitte. Cool. Und da das sowieso auf Level 183 noch kommen muss, kann ich hier auch alles reinstecken, was ich gerade habe. Also wenn das Geschütz schießt, ne? Dann one-hittet das halt dieses Vieh. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Frage ist, one-hittet es auch diese Pinguine? Das noch nicht. Dann gehe ich wieder zurück auf die Triceratops. Ich gehe hier ein bisschen zu analytisch an das Ganze ran, by the way. Die letzten fünf Level kann ich hier eben reinstecken. Und dann habe ich diese Forschungsvoraussetzung auch schon mal erfüllt. Um auf Küken zu kommen. Sehr cool. Ein paar Sekunden später ist auch der andere Buff ausgelaufen. Und jetzt one-hittet mein Geschütz das Vieh natürlich nicht mehr. Das heißt, es wird Zeit für zweimal Werbung gucken. Das Ding ist, ich habe die gleiche Werbung jetzt ungefähr fünfmal hintereinander gesehen bei den letzten Anzeigen. Und irgendwann ist es doch nicht mehr spannend. Jetzt wo ich wieder Auto-Attack und Verstärkung habe, kann ich auch wieder hier drauf gehen. Boss-Herausforderung. Ja, ich bin fast da. Bisschen was fehlt noch. Und ich glaube, da kommen wir hin, wenn ich das mache. Let's see, Boss, das sieht sehr gut aus. Da gehen wir rein. The Bro Kaiser Pinguin. Ja, easy. Und als ob ich nicht gegen ihn hätte auch gewinnen können, wenn ich weniger gehabt habe. Das probiere ich hier direkt mal aus. Ich meine, der hat 5k mehr. Aber ich will es mal ausprobieren. Guck mal, ich regge ja sogar. Das ist doch ganz, ganz easy. Die nächste vielleicht ein bisschen hoch. Und er sieht vor allen Dingen auch sehr creepy aus. Also sollte ich das hier nochmal hochstufen. Noch nicht ganz 183. Ich würde gerne jetzt auf T3 kommen. Was sagt denn die City? Ich kann wieder irgendwas schmieden. Eine T1-Schulterplatte und eine Hose. Okay, okay. Man braucht also immer Puzzleteile, um T1 herzustellen. Und dann drei T1 für T2. Okay, check. Check, check, check. Das kann auch verbessert werden. Easy Kampfkraft. 183. Komm, 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 komm. Schnell. Easy. Haben wir das auch. Und Forschung. Oh, wow. Das ist ja sehr cool. Direkt mal ein bisschen Truhen noch abgesnackt. Die öffne ich direkt mal. Alle benutzen. Maximum. Oha, was heißt das denn? Ist das Legendary? Warum hat denn das einen anderen Background? Die benutze ich natürlich auch alle. Okay, T1 sehr lame. Und für die Hütte. Ja, T1 und T1. Aber alles für die XP. Hier T2 direkt mal wieder ungefähr das Zehnfache. Das haben wir verbessert. Das kann auch verbessert werden. Hier noch gar nichts drin bisher. Okay. T3 kann ich auch. Oh, 5K. Let's go. Was brauche ich denn fürs nächste? 308 auf Haus. 323 auf den anderen. Und was ist dieses depressive Kaninchen? Und an der Stelle, Freunde, ihr wisst, wie es ist, unten in der Beschreibung ist das Game verlinkt. Und wenn ihr sowieso unten seid, dann lasst natürlich auch noch den Like da, das Abo und den Kommentar mit mehr als sieben Wörtern für den Algorithmus. Bis zum nächsten Video, haut rein. Bis zum nächsten Video, haut rein.